was ist los was ist los was soll ich machen warum wollen die hilfe was ist masse was ist die magie ping ich bin mit lander was sollen die machen was soll ich machen ich bin mit lander leute als mit lander hilft man nicht mehr die zeiten sind um die zeiten sind rum so auf geht's klett was ist ecco geworden klett ich habe keine rüstung also es ist glaube ich okay ist aber ich habe keine rüstung boah klett aber dafür haben die ja doch die am ap im jungle der war leute klett du war doch mit deinem tinder der fred der tinder frappen sind dann nicht irgendwie so voll 2001 oder so mittlerweile gibt es bestimmt schon 20 andere bessere plattform als tinder oder remake wird hier geschrieben nee kein remake freak out das kann ich von ihm blocken den knocker den pull kann ich blocken naja ist kein remake aber war eine weekend roll trifft es ihn noch näher schade i don't know you kid and row we don't know you kid and throw das gute ist er rennt mir immer hinterher mit der kette und dann kann ich ihn einfach weinten das ist ziemlich fein eigentlich vielleicht töten wir ihn einfach weil das sich in deline einfach zu töten we don't know you can control guck mal jetzt mountet er ab da haben wir ihn schon der ist doch gleich tot hä der stimmt doch gleich ja leute leute alter pik klett mitte und rennt runter wo kommen wir hin leute aber leider ist sie immer noch auf k aber ich glaube das geht nicht weil sie reconnected hat zwischendurch morgana otp ja die leute denken morgana welt schwach aber ist nicht genau wie man muss auch voll brauchen von der habe ich die mitleidmord gelernt jetzt ja hier bist du hoffentlich zufrieden jetzt da 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 kein gesang kein kill so sieht es aus ja die frage ist kommt kommt dings wieder hier der da käse kaiser meine mein kann welkes jetzt fahren aber der gute alte welkes ich hatte nicht mal ein ap-item ich hatte eine flask junge junge der hat mich halt massivst unterschätzt massivst you can know you can control you know beacons wie the wall what you want to irgendwie ist mir kalt ein bisschen leute bring mal jemand wärme vorbei wieder bring mal ein bisschen wärme ok käse kaiser ist wieder da vielleicht vielleicht wird das jetzt was vielleicht aber nur remake es geht kein remake leute zu spät geht nicht auch echt nur mit kopfhörern geben was klar wenn du noch mal erzählt ja zu viele flammen gemacht warum machen sie das cd warum tun sie das so was geht ihr ab sie denken sonst alles ich bin bescheuert was heißt alle wer ist denn da bei dir wer könnte denken dass du bescheuert bist ich finde den gesang ich ganze we are new york control nieder sie wieder was okay das muss ich berücksichtigen beim erstmal er kennt mich oder oh ja er ist klett er ist mounted einfach ab oh man richtig retarder champ ja ich hätte ich habe natürlich keine rüstung da habe ich nicht mehr dran gedacht ich habe keine rüstung da müssen wir ein bisschen aufpassen hast du keine rüstung hast du keine rüstung leute zu wenig gesungen ja ah mist ey man aber klett mit hätte ich rüstung gehabt hätte er mich da auch nicht gekillt und ich muss meinen ich habe meinen oh man käse äh mein versucht sie ist aber es nervt ein bisschen ich muss hier ich muss irgendwie ist das hier anders als sonst scheiß irgendwie ist das anders als sonst hier we don't need you der ist ja fast tot we don't need you our control ha keck weh der war so bei einem lied mit zu singen war so war so war so was gg morgana q ghost ruminions tut just learn to play ich wollte nicht sagen learn to dodge aber mein gott ey richtiger keck ich stand genau vor ihm und er erzählt irgendwas mit ghost ruminions mal die klingeln noch nicht oder i don't know you can be wohl hier wird gepinkt ich habe black steht ich kann nicht sterben leute wer ist denn das echo was willst du mit miley cyrus bist du wirklich miley cyrus fan jetzt mal ehrlich auf ehrliche basis ich kann nicht sterben ich bin morgana ja ist okay für mich kann ich mit leben i don't know you can control schuhe hat noch zwei was machen wir ludens leute ludens was eigentlich mit glacial morgana das ist ein dill oder das ist kein dill rüstung wäre vielleicht nicht verkehrt gegen die ganzen adela hier aber naja hätte ich mal kommen sollen jetzt drum 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 was warst du jetzt noch mal hell ist du warst schurke ne oder was war jetzt so wahrscheinlich hast du auch alles aus der main i don't know you want to know das war wahrscheinlich auch wieder minion block kappa sag ich schon leider ein flashball reingehauen weil ich ein knecht bin kein challenge gleich kein man ja wie was soll das heißen das heißt du hast alle grad gelevelt heißt das was will er machen ganz ehrlich was will er machen ganz ehrlich ja wir müssen bisschen aufpassen weil ja das so ist wenn wir holt haben können wir töten aber wir bräuchten vielleicht man leute war warum sind alle in der mitte geht doch mal woanders hin was soll es denn i don't know you can control ist miley cyrus nicht die die auch henna montana gemacht hat ja ist jetzt wieder meine schuld klar ich weiß der ist aber fast tot den könnte ich töten wenn er jetzt rangeht dann töte ich ihn hä loll der ist ja komplett gestört ja komm alter ja ok aber ich habe ihn getroffen mit meinem q und nicht ihn oh gott jetzt schreibt er irgendwie irgendeinen quatsch i can play auch leute warum sind alle ständig no bot no top no mid no jungle leute warum sind schon wieder alle gestört in meinem team warum ist ständig jemand ich spiele die ganze zeit one verse two hätte er ist 4 2 what the fuck ey ja weil der hacker ihn auch gekillt hat oh man ja mein jetzt käsekele zurück ich meine ich gewinn hart gegen klett richtig hart i win mit super hart sieht zwar nicht danach aus aber ist halt so super hart gewinne ich mit da es hat nur jeder da fiora war da und echo war schon zweimal da hacker ihm war null mal da 0 0 0 nada ja und hacker ihm ging nicht kann ich ihn töten vielleicht mit ult man das mit dem bein ding es klappt noch nicht so richtig ab jetzt kann ich ihn töten wenn wir jetzt die spells ready kriegen töten wir ihn leute das ist perfekt weil so hat er nicht ganz so viel leben das ist perfekt würde ich sagen außer wir werden wir dürfen nur nicht sterben dann passt es ja man ich habe keine rüstung ich hätte mir rüstung kaufen sollen man das wäre perfekt gewesen das wäre wirklich perfekt gewesen man lernt player gut lasse ich ihm aber kein dichts gegen sagen aber er hat bestimmt magie distanz aber wenn ich jetzt sage ich habe keine rüstung dann ja aber ich habe keine rüstung es war der und xd oder war das an hier oben na sohn jetzt noch party ja vor allem das buch hier ist lost weil ich das in nichts umwandeln kann man aber er hat nur gewonnen weil echo zwölf mal in der mitte war allein hat er keine chance der knecht kann ich den töten vielleicht na ich weiß nicht ich kann es versuchen aber er hat aber geflasht ist okay außer dass ich was tut mir habe ich kann mich ein bisschen heilen an kanonen und ich kann ane die dings sind nicht da vielleicht kommt er noch mal auf die lane ja ok man guckt euch das an ganz ehrlich xd 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 so den können wir auch noch töten hier ich brauche nur ult dann ist der tot aber der darf nicht der verwandelt sich wahrscheinlich gleich und er hat ein bisschen nur wenn er kommen den typ ja noch der darf nur nicht die minuten und jetzt verwandelt er sich und tötet mich scheiß millionen zu viele minions am spägen am swagen ohja learn to play haha 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 ah dieses game was zum satt oh boy so wir machen jetzt mal loons fertig was zum satt sang that after a failed exchange bro wow i play 1v2 i play 1v2 without amor na alter was zum satt ey fiora mit echo mit non stop alter echo war jetzt schon dreimal mitte mindestens guck mal der 3 assist der war dreimal mitte ne ich bin ja nicht jedes mal gestorben aber der war dreimal mitte und fiora war auch schon mitte was zum satt what's zum satt fiora hier nimm das knecht so wir müssen jetzt wir müssen halt wir brauchen ein bisschen rüstung jetzt schon ein bisschen gefährlich gegen den ich glaube ich habe nicht genug damage um ihn zu one shotten aber wir baiten ihn das problem ist dass er immer so viele sprünge hat das ist so ein bisschen das problem also er dash mich an und dann dash ich halt nochmal und da ist das schwer das bein zu landen das beint das beint das beint aber mit ultimate geht es mit ultimate nein echo war locker schon dreimal da save was ist das hier prime das war nicht okay ja harald abgebrochen aber was zum satt wer wussten klepp war denn da nicht auch so ja sollen wir jetzt armor kaufen oder magic band schuhe wie viel scaling sat morgana viele wissen wir schon gut so oh was ist hier drache arre drache mannach ich bin unterwegs bin da baut da geben wir ein bein kann man immer schießen ein bein geht immer schade der töte ich doch jetzt einfach okay warum werde ich denn jetzt gepickt heckerim du machst gar nichts du bist ne vase du bist ne vase hör auf zu bingen oh shit jetzt sterbe ich hier ne der spielt heckerim wenn man einmal heckerim im gegner team hat dann gankt der fünfmal pro sekunde meine heckerim ist ein pferd und ne vase gleichzeitig was ist das hier scheiße okay jetzt hab ich die were nur nicht komplett aber ein bisschen aber dann vielleicht kriegen wir den noch die mechanics naja wir haben tauverweiler wer gestorben dannụ wir heute plus 발 archiv Ja, ja, vielleicht, ja. Machen wir mal. So. Alter, hier wird so viel gepinkt in dem Spiel. Richtig flottiger Roddy hier. Ich glaube, das ist nicht gut. Dann sollten wir, ja, lieber Stopwatch gleich kaufen. Ah. So, gut. Jetzt haben wir ein bisschen Rüstung. Ist ein bisschen spät, sind wir ehrlich. Aber was soll's. What, it's Scholes. Unser Team ist ziemlich gut auf dem Papier. Käse-Kaiser, es kommt auch wieder so ein bisschen rein. Ist nicht gestorben. Also, on the paper, it's very good. Very good. Kann ich vielleicht roam oder so? Ich weiß nicht. Ja. Der gute alte Käse-Kaiser. Ah, knappi-kappi. So. Guti. Der häckere Mann, ey. Der pingt wie so ein Bekloppten. Was tun? Ich meine, die Qs, das Gute ist, die haben, die kosten echt wenig Mana. 70. Dann haben wir jetzt auch die, kann man die ganze Zeit spammen. Einfach spammen. Go. Na, Mann, da. Okay, jetzt weiß ich. Das ist ja komplett beschissen. Alter. Ah, das wusste ich nicht. Ja, erstmal muss ich hier das wieder auf Hotkeyen-Dings hier machen. Da. Der springt nach links ab. Oder nach rechts. Springt der immer zur selben Richtung ab? Das muss ich jetzt mal... Was ist denn jetzt mal wichtige Frage? Wenn ich ihn... Ulte. Und stanne. Und mit dem Stun-Damage springt der ab. Ist der dann gestunnt oder nicht? Ich glaube nicht, oder? Komplett broken. Komplett broken. Hat der denn aber... Stopp, mal andere Frage. Wenn ich ihn ulte und er droppt dann runter, hat er dann noch die Ult drauf? Auch nicht, oder? Hä, wie broken ist Klett eigentlich, bitte? Der ist ja Hard-Counter gegen mich. Okay, ich würde jetzt gerne Magic Punch verkaufen, aber ich hätte auch Bock auf eine Stopwatch. Weuuu. So, ich brauche jetzt mal... Ich muss shoppen, Leute. Das wäre gut. Einmal shoppen gehen, bitte. Einmal bitte shoppen gehen. Was zum Sart. Bah! So, wir kaufen jetzt Magic Ben. Schön Magic Ben. Und jetzt kaufen wir Stopwatch. Eigentlich bin ich nicht so der Stopwatch-Fan auf Morgana. Bin ich ehrlich. Ich baue am liebsten Morgana auf Full-Damage. Rabadons. Alles. Alles. Aber. Naja, wir brauchen das hier in dem Game, glaube ich. Weil, ja, wir Armgard brauchen und dann kommt eins zum anderen. Wir könnten hier rein, Leute. Ja, scheiße. Hätte ich den... Ich könnte da immer noch rein. Mache ich jetzt auch. Okay. 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 Ja, Morgana-Damage, Leute. Mag man nicht immer glauben. Die Leute denken, wow, Morgana. Aber no. It's... Ah, schade. Aber ist okay so. Nö, 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 nö. Ich hab nur Stopwatch. Leute! Komm! Ah! 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 Mann, aber ohne Witz. Warum sind alle in der Mitte? Jeder, die ganze Zeit. Jeder. Geht woanders. Ich gehe jetzt Toplane. Ich gehe jetzt Botlane. Ich gehe jetzt Midlane. Ich gehe woanders hin. Ich habe keine Lust, dass immer alle bei mir sind. Was macht mein Team? Wieso ist mein Team nie bei mir? Ah. Ja, also ohne Stopwatch kann man natürlich schlecht für die Teamfights gehen. Das stimmt. Aber es gibt halt, wie ich finde, zwei verschiedene Morgana-Spielweisen. Die eine ist... Ich würde sagen, 95% aller Morgana-Spieler sind so. Flash rein. Ult. Stundenglas. Ich finde aber, was auch sehr geil ist, ist die Weise, dass du halt full AP... Weil das Problem bei Stundenglas ist, dass du so Items hast, du kommst nicht auf so viel AP. Wenn du aber mit Rabadons und den ganzen Schninkels spielst... Scheiße, mir fehlen 70er für Erddracher. Für Stubwatch. Also, dass du... Wenn du full AP gehst und CDR, du bindest ein Ziel auf Max Life und das verliert einfach 50, 60% Leben. Du wirst quasi ein Mage, der hinten steht. Wie so ein Xerath. Ich hab'n Black Shield für irgendwen. Ja, Mann, der wär' tot gewesen. Jetzt schon. Die Morde-Kaiser-Ult ist manchmal auch nicht so wussten, der Gegner. Sieht man den nicht auch? Ist das nicht ne rote Lampe? Ja, hättest du ihn nicht geklaut, Frime, hätten wir den gekillt. Du Keule. Keule. Die Ult war halt richtig bad, muss man sagen. Wir waren zu viert da, er war alleine und du ultest den. So. Aber ich mach' kein Auge. Hacker-Win macht Auga-Doh. So, mach'n wir mehr im Stopwatch fertig, würde ich sagen. Boah, ich würd' so gerne da ne Q hinwerfen. So. 20 Euro beim Friseur bezahlt? Hä, voll teuer. Vor allem ich? Ja, kann man jetzt drüber diskutieren, aber ich hab' gar nichts bezahlt. Seid' noch frei. Mache kein Auge, ich kann so ausboxen ich dich. So, Leute, kann ich mal wieder fahren? Aber ich krieg gar kein Geld mehr aktuell, weil. Ja, keine Ahnung, Welkost meine Farm farmt? Wie hast du so wenig Pickel? Ja, keine Ahnung. Ich, äh, weiß nicht. Also Pickel kommt vor allem, wie ich finde, bei mir durch Fastfood. Und durch Zucker. Bam! Doch, äh, da antworte ich noch, Pizzakrieger Da antworte ich noch drauf, ich hab's schon gesehen Aber ich wollte halt, auf lange Nachrichten antworte ich auch sehr gerne lang Oder zumindest nicht nur in einem Satz, einen kurzen So, die kann man auch sehr gut machen mit Morgana Jungle Morgana ist rein theoretisch eigentlich ein Guck mal, wir sind ohne Witz, wir sind ein richtiges Patchwork-Team Jeder in unserem Team hasst sich gegenseitig Jeder hasst sich So, wie sieht's aus, wir brauchen, wir haben echt 45 Achso, wegen Blue 45, ne Was können wir machen? Was können wir machen? Wir haben Wir haben, wir haben, wir haben Ne, bei Morgana geht's auch leider eher um Ne, also nicht zwingend, aber eher um Quantität statt Qualität Einfach immer schön die Bindings schießen und irgendeins trifft schon wohl Also Wenn's dann nachher um Teamfighten geht Einfach raus damit So, Leute, können wir irgendwie Groupen machen oder tun? Prime, du hast gesagt Oh Back Business Boah, schweggeln Giants Äh, vielen lieben Dank Wow Ja, okay Äh, vielen Dank für den Sub an Schoko King Was ist das für ein Name? Das ist aber amerikanisch oder bayerisch? Bayrisch-amerikanisch Ähm, danke schön Vielen lieben Dank Zappalotti Jeder hasst dich Ich kenne die Leute gar nicht ganz Later So, was geht dir? Bin übelst Ja, du hast das letzte Mal gesagt, ich soll nicht inten Und jetzt intest du Aber ich akzeptiere das, bin dir nicht böse Ich carry dich So, ich muss aber gucken, dass Wir sind viele tot So, ich den Teilen Tau machen wir So, jetzt gehen wir auf Rabadoniens, Leute Rabadoniens Oder Also Leandus, die Idee ist cool Aber ich sag mal Erstmal haben die kaum Tanks Und Mit Leandus machst du halt ein bisschen Burn Damage Ja Das heißt, jetzt sagen wir mal rechnerisch Du machst Nehmen wir einfach eine Zahl 30% Machst du Plus 20% Burn Damage 50% Sagen wir es einfach so Milchmädchenrechnung Bei Wenn du Rabadons kaufst Machst du vielleicht nicht mehr diese 20% Burn Damage Aber du machst von Haus aus Haus gemacht 80% einfach Zack 80% Ne Klar, dann habe ich den Burn nicht Aber dafür knallt es halt Und ich will, dass es knallt So Was geht ab? Leandus ist eigentlich gar nicht mal Zwingt gut gegen Tanks Eigentlich ist Leandus Vor allem gegen Tanks haben sehr viel Magieresistenz Und dadurch macht der Burn sehr wenig Schaden Eigentlich ist Eigentlich ist Muss man sagen Leandus ist am besten für Champs Die wenig AP haben Supporter zum Beispiel Weil es macht halt immer denselben Damage Was bedeutet Wenn du ganz wenig AP hast Wenn du nur 1 AP hast Ist der Damage halt insane So, wir brauchen jetzt die nächsten Drachen Erde Erde Schmerde We need We really need Was passiert Oh Gott, ich hatte kurz Angst Okay, ich muss hier bei Schmecker bleiben Oh, hätte man Baiti, Baiti, Baiti Ich habe Ultimate Ich kann rein Vielleicht, ich habe schon ein Glas Ich kann Action Ich will eigentlich nicht Aber ich könnte Oh, das war knappi, kappi Leute, was ist mit Mörder, Teleport? Okay Wir müssen jetzt für Drache gehen Wir brauchen hier Vision, Leute Ich will das nicht first checken Kontrollwert Leute, könnt ihr mal mich covern, Alter Hier Ja, okay Vielleicht ist das Vielleicht ist das eine Prank-Compilation Könnte man sagen Vielleicht ist das eine Trap Eine trappige Prank-Compilation Aber da muss jetzt was kommen Hier, ich habe was Guck da Zack, habt ihr gesehen? Die ist einfach tot Jetzt mache ich Ult Jetzt gehe ich hier so ein bisschen Mach noch ein Bind Zack Getroffen Leute 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 Alter Leute 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 Was ist denn mit den Leuten? Alle, keine Augen In der Nase oder was? Leute Hier ist eine Fiora Und die machen unsere Base Und jetzt Ja, guter Flash Right there Die kommt auch noch weg Es ist wirklich eure Trueness Und Klett killt er die Bar Ist egal Weil wir brauchen den Drachen jetzt Alter Leute Richtige Vasen im Team Team Komplett bestehend aus Vasen Leute Ach, Sacramento ey Eide Richtig Eide Und Klett beendet Einfach gerade das Spiel Ich habe kein Bein Ich habe kein Bein denn gerade Klett beendet Aber wenn er beendet Dann hat er es verdient Mann, wieso? Aber ich habe gleich Ult Das mache ich jetzt Ich kläre das Ich kläre das Ich kläre das Ja, shit, alter Ja, Leute Also hier ist ja wohl Alles schief gegangen What is happening Hating Going schief Also Vasen Nein, wir haben Ära Bei uns fast Ja, Erddrach ist jetzt weg Geil Echt? Das heißt Wazes? Ha Geil Ja, Leute Leute Das Team bestehend aus Vasen Was? Äh? Das war bestimmt wegen dem Knockup da, oder? Ich hatte den doch getroffen Ey Can you Stop Take Vases Er Hör also auf zu farmen, der Bruder Der nimmt schon die ganze Zeit Meinen ganzen Farmen weg Ah Sacrament Woher? Rabadons hätte ich jetzt gehabt Hätte ich gehabt Hätte ich gehabt Aber nee Krieg kein Farm Hätte Rabadons gehabt Jetzt verlieren wir Weil ich kein Rabadons hab Und weil Baron weg ist Leute Ey, dieses Game, ne? This Game Ich muss jetzt Ich mache jetzt auch Toxic, Leute Ich mache Toxic Oh Shit Oh man Was ein Game Was ein Game Oh shit Der nimmt er mir jetzt weg Fuck Aber er hat nicht den großen bekommen Perfekt Ich brauchte nur den großen Oh man Ich hatte viermal mit dir Weil ich vier Rasse Ja, aber Sonst keiner Aber das lag nicht dran Weil mein Team Sie nicht töten wollte Weil die Die haben Tomaten Auf den Vasen Die hat niemand Hat das gesehen Halt Und er farmt hier wieder Fröhlich Rein Was ist mit ihm? Ich meine Er spielt Velcro Das ist okay Aber Leute können wir Ja, Leute Ey Hier, was ist hier? Leute Ult drauf und töten Das ist er Simple as dead Ja, aber wieder Keiner Bock Ja, okay Klett ist am ausrasten Ja Dieses Hackerin wegschieben Das ist auch echt Ein bisschen harsch Ja, Leute Das Game Ey, dieser Echo Oh, der hatte Noch Dings Banshees auch noch Ich hab leider Keine ultimate mehr Der Djinn ist so Out of position Schwöre Töne den Turm Na Den Zing Ich hab gleich wieder ultimate Shit Leute Ich brauch Ein bisschen mana Gleich noch Ey, der Djinn Können wir den Wie ist denn der Ach, die hat Michael Hat die gekauft Ich hab ultimate Bringt nichts Aber ist egal Oh, mein Binding Let me live Let me live Ja Leute, was ein Game Ey Was ein Game Was ein Game This Game This Game So Game Wow 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 Ha!